und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leute und ja heute mal wieder zu einer neuen folge noncraft mit dem lieben marvin hallo und ihr werdet es im titel schon gesehen haben heute sind die königswahlen zu ende und ja leute hier steht es halt die königswahlen stehen an das heißt alle müssen wählen zu wählen sind powerkicks und crazy die wahl ende freitag also heute zum wohl der stadt wählt powerkicks also hier sind noch die letzten wahlbücher und hier sind die letzten anderen wahlbücher also auf der seite ist ich nehme jetzt einfach mal das buch raus von hier für crazy die das ist auf der seite war dass die wahlseite von mir und wir sehen es ja crazy die hat zwei wahl ich habe vier wahlen das schaß das haben mich alle gewährt glaube ich aber ja das ist auf jeden fall so das heißt ich bin jetzt könig leute ist auf jeden fall geil wir haben 25 level und wenn ihr dieses video gerade seht bin ich live auf twitch leute das heißt ihr könnt jetzt sehr gerne mal bei dem stream vorbeischauen würde mich auf jeden fall freuen und ja wie geht's dir denn so mir geht's nicht so ganz so gut warum was hast du war heute nicht in der schule hab ein bisschen schnupfen und sowas halsschmerzen belastet ja hier musste man sich sehr weit bauen wir haben richtig scheiß von der meter gehabt und jetzt haben wir auch noch so richtig pech ist noch so viel laufen müssen wo man keinen neuen sporn bei meter machen kann ist halt wo bist du gerannt und so viel weil wir halt hier alles schon abgefarmt haben am anfang das heißt wir müssen jetzt erstmal bisschen laufen ok egal muss uns jetzt erstmal nicht interessieren oder oh mein gott leute ich hab einfach fast in tot gelaufen gerade wir müssen jetzt echt erstmal ein bisschen laufen geht ihr was ist das denn wo bist du jetzt genau so leute hashtag profi youtuber vater kam gerade rein aber ich hoffe das ist nicht so schön ihr kennt das ja von mir deshalb darf man auf jeden fall mal den like jetzt da lassen wenn ihr meine folge mit meinem vater sehen wird ich sehe dich ich war heute als schnittschuhplan war leute mein erstes mal eigentlich so richtig weil ich das nie gemacht habe weil ich es nicht kann jetzt kann ist und ist auf jeden fall geil und ich glaube was ist alles los aufnahme ok ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen leute hier ist aber noch ein bisschen haben wir noch ein bisschen für level weil ich weiß nicht wie viel man fahren muss leute damit wir entweder unendlichkeit auf dem bogen bekommen oder schab also feier also verbrennung auf dem schwert oder auf dem bogen wäre richtig geil deshalb brauchen wir mal so 60 30 level würde ich mal damit wir da erstmal schön fett verzaubern können es wäre so geil wenn wir uns auf unseren bogen verbrennung hätten wir doch ein schwert würden so wie sie alle wecken von der schwert ist jetzt schon okay dass die erschwert schärfe 10 angriffs schaden schärfe drei oder so ich habe meine ganzen diashwetter und meine diapik und so habe ich entweder bekommen oder durch jemanden gekillt weil ich habe noch nicht einen einzigen der gefunden heute so krass glaubt ihr gar nicht das ist eine riesen das ist eine riesen fahrnecke hier auf jeden fall ein bisschen mal was ja ich habe hier ganz viel quads gefunden okay das mal ab zu level dann kann ich nicht hören nein schwarz irgendwie ist mein event habe ich ja voll ich weiß nicht mal das war ein flashback ähm da hätten es auch noch mal quads oh oh nice hier ist viel hier ist auch viel so zack zack 28 level laute und sie brennt alles und ich brenne geil aber wir verbrennen natürlich nicht hier ist ja klar ja klar hier unser diapos habe ich auch durch marmel bekommen danke auch ich war nochmal ja ja du hast du hast viel ja 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 29 level ok 29 29 so hier kommen wir auch noch mal ja die 30 level müssen jetzt gleich fertig haben kannst du mir gleich den ich weiß gar nicht ob ich noch nach hause bin kann sein wenn du nach hause weiß wie man zu nethervertrag kommt müsstest du vielleicht recht koordinaten sagen weil ich nicht weiß ja ich weiß auch nicht so war die verzaubern würde ich gerne noch in der folge so 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 ok da sind noch 30 level müssten jetzt gleich voll haben das fehlt uns noch so ein bisschen älter ok jetzt haben wir die 30 leute nehmen einfach noch so viel quats wie wir jetzt sehen hier mit 30 level perfekt weil mehr kann ja nicht mehr als 30 kann ja nicht schaden brauchen halt aber die 30 ich glaube das ist ein freund hat gerade anrufen dann ist ja gut weil das stört ein bisschen wenn man eine aufnahme anruft oh mein gott leute oh mein gott fast gestorben gerade in lava okay nicht gut aber ich werde dann glaube ich runter gelaufen kann sein aber bei unter mir habe ich den block abgebaut und genau da war da war alter und ich höre gas nicht gut ich bin gerade auch einfach ohne grund ausgetappt ist auch geil alter leute machen gerade oh mein gott scheiße hier müsst ihr doch bekommen da oben ist so viel aber da will ich jetzt nicht hin ich weiß ich wohin muss zurück zu kommen hier müsst ihr mal runter wie das erde alter video so zack oh mein gott hier ist auch noch mal viel einfach zu voll nice leute aber gleich noch die 32 voll oder die schaffen aber die sind ja nicht so wichtig ja genau hier kommt und hier kommt perfekt perfekt oder auch direkt nach hause wieder nice 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 kann sein dass man jetzt mal ein fester zuhör aber ich hole mir bald ein neues video dann hat er die taster zu noch mehr von daher fällt euch noch ein vielleicht so schnell wie möglich rauskommt die leute deshalb drücke ich hier so ein bisschen auf die tube mag ich weil die schlagen ok es aber den bogen blut das geht hier gar nicht ich muss jetzt ja ich bin buch ja da habe ich ein buch aus ich glaube ich muss mir zum bogen machen und hast du schon ein haus gesehen ähm nö sieht aber schick aus also dein haus sieht schick aus wenn ich schick aus und zack zack so wir brauchen noch essen leute deshalb holen wir hier mal ein paar karötchen und ein paar ähm und ein paar karotten kann man auch mitnehmen ich habe ich ja ich bin der soziale würde wenn man mich nicht als könig gewählt hat dann hat man fehler begonnen worden ich habe hier die karotten und die karotten und die kartoffeln gebraucht ja indem ich ein zombie getötet habe der das gebraucht hat ja also ich würde mal meinen ich wäre ganz leicht und ich habe das alles wieder neu pflanzen wahrscheinlich nicht mehr so viele karotten aber muss natürlich auch ein paar karotten anpflanzen nicht mehr die vertommeln hier kann man ja auch nie man muss ja auch in microsoft was sehen sonst war der problem okay perfekt haben wir noch eine karotte für uns und dann planzen wir die da rein und die werden es auch rein und dann kommt es da rein perfekt so wir werden den bogen verzaubern hoffentlich gibt es für den auch irgendwie sowas wie ähm wo geht's hier aus und da raus ich finde dich lieber roi hast du wo gibt es ein op wo weißt du wo es eigentlich ein zauberstuch der ist gibt der op ist gibt es hier einen ähm weil der am spawn verzaubert schrott glaubt mich für 30 level alter 30 level hat er zaubert der der Stärkung Stärkensperrte ihr wisst ihr wie man besser verzaubert also mit den Büchern ja aber da wird keine Bücher um ein Bücherregal zu machen um um tut mir leid etwa noch ein Level mehr auch ich würde da wohl ein Verzauberungs-Tisch geben kannst du mal kurz in die Hölle kommen und mir die Koordinaten sagen gleich olle als ob es hier keine willst du mich picken willst du mich picken warte ich komme ich schreibe sie dir dann im Chat also vorm Nether stehe ich gerade also vorm Portal das ist bei 27, also das heißt du musst in Nether stehen ne? 24 ja ja aber da stehe ich gerade vorm Portal das ist es das x und 22 2 2 2 2 0 6 0 ist das jetzt so ok perfekt direkt wieder hier warte mal das kann doch nicht sein dass wir jetzt hier keine ach so leute das übrigens mein Weihnachtsgeld weil sie die noch nicht fandet ist auf jeden fall krass man wir brauchen doch nur hast du Bücher keine Bücher na ich hab nix 16 16 16 der kann doch nochmal 32 30 so viele noch so wenig ok fangen an auch Eier 11 stürzungen oh my god soll ich fahren ach mann ich bin nur mal kurz weg ne ich bin nur mal kurz weg ne jo so da haben wir ein bisschen über können wir die verwähren da läuft das ok so ok brauchen wir Weizen acht stück noch zack 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 wir brauchen halt Kür ich muss die heute noch vermehren damit ich hier ein paar ähm ja damit ich ein paar Bücher machen kann zum besser verzaubern Leute na ja gut dann wurde das jetzt im Video nichts mehr Schade drum aber dann werden wir das jetzt im live stream machen also heute ihr wisst bescheid Wenn ihr dieses Video gerade seht, wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr sehr gerne... Da steht nicht frei. ...wird ihr sehr gerne zu Twitch kommen. Das stüme ich jetzt. Und ja. Dann würde ich meinen, war es das mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch... Ja, danke dir. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch dann ein Like und ein Abon da. Schreibt auf jeden Fall ein bisschen, ob ihr bis zum Ende geguckt habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja. Dann macht euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und dann haut rein und ciao.